In Chemnitz tagte der erste Landeskongress der offensive Mittelstand Sachsen. Die Veranstaltung diente als Informationsplattform für Teilnehmer aus unterschiedlichen Branchen. Im Fokus standen künftige Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Diskutiert wurde unter anderem das Thema Digitalisierung. Die großen Konzerne im Automobilsektor, in der produzierenden Industrie, die machen es schon längst vor und leben es. Und damit ist klar, dass auch alle Zulieferer, dass alle Dienstleister im Kontext solcher Unternehmen, aber auch solche, die selbst im Innovationssegment unterwegs sind, dass diese sich mit diesen zentralen Herausforderungen beschäftigen müssen. Das heißt, die Frage ist, wie kommt man zu mehr Innovation, wie kommt man zu Ideen, um neue Innovationen zu erproben, zu erfahren, wie kann ich mich austauschen. Ziel der Offensive ist die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen im globalen Wettbewerb. Dabei spielt die erfolgreiche Entwicklung technischer Innovationen eine tragende Rolle. Das Netzwerk schafft Möglichkeiten, Ressourcen und Potenziale effektiv zu bündeln. Viele Unternehmer, sie haben nicht so einen Rückhalt, auch finanziellen Rückhalt, dass sie große Entwicklungen machen können. Aber es geht halt nur vernetzt. Und diese Vernetzung, den Begriff kennen Sie vielleicht, Co-Opetition, von Cooperation and Competition, zusammengeführt. Ist ja so, dass viele sagen, ich gehe da mit meinen Wettbewerbern nicht zusammen. Die Frage ist nur, kann ich ohne den überhaupt den großen Sprung wagen. Neben direktem Erfahrungsaustausch gehören auch wissenschaftliche Fachvorträge zum Informationsangebot. In enger Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Politik entstanden nützliche Hilfsmittel für die Praxis. Die Inka-Checks sind spezielle Anwendungstechniken und dienen zur Verbesserung der Arbeitsqualität. Die neue Qualität der Arbeit, über die wir sprechen, die wir diskutieren. Es geht einfach darum, dass man bestimmte Dinge ganz bewusst und geplant angeht. Wir haben uns dort Personal, Gesundheit und Innovationen vorgenommen. Und wirklich kleine, aber feine Lösungen zu schaffen. Also, dass man sich der personalpolitischen Herausforderungen stellt, wenn es darum geht, vielleicht Auszubildende zu finden, vielleicht auch Langzeitarbeitslose in den Betrieb zu integrieren. Dann braucht es halt mehr als den guten Willen, sondern es braucht jemand, der festgelegt ist, der dann auch vom Chef die Legitimation hat, dass er genau das machen darf. Diese professionelle Hilfe kann als Orientierung und Coaching für diverse Aufgabenfelder eines Betriebes genutzt werden. Für Firmen eine wertvolle Inspiration zur systematischen Verbesserung des Mitarbeitermanagements. Die größere Herausforderung ist, jeden der Mitarbeiter mitzunehmen. Wenn man aber in eine Struktur gefangen ist, gerade in den handwerklich orientierten Unternehmen, die oftmals sehr stark durch die Handwerkspersönlichkeit des Meisters geprägt wird, da sind Veränderungsprozesse mit sehr viel Feingefühl umzusetzen. Und dann die Ziele, die man damit erreichen kann, wenn man Schritt für Schritt geht, die sind natürlich sehr gut. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess. Mehr als 3000 erfahrene Kooperationspartner bundesweit treiben den Wissenstransfer weiter voran. Ergebnisse und Erfahrungen werden den Teilnehmern auch in speziellen Workshops vermittelt. Interessante Vorträge auf den Punkt gebracht und ganz wichtig ist eigentlich die Sicht auf die Zukunft. Was kommt in der Zukunft auf uns zu, heißt eigentlich, wir müssen gestern schon was dafür tun. Alle Infos zu aktuellen Veranstaltungen und nutzbringenden Hilfsmitteln stehen auch auf www.offensive-mittelstand.de Veränderungsprozesse Jetzt geht es ganz gut und responsive zum vergleichen Siem da. Vielen Dank.